Ja, wir haben jetzt mein Trainerkollege und ich, der Basti, wir haben eine ganze Woche lang eigentlich nur versucht, das 6 zu 0 aus den Köpfen der Spieler rauszubekommen, weil es ein komplett anderes Spiel heute geworden ist. Ja, es war uns von Anfang an klar, dass es ein anderes Spiel auch werden wird und das war das Hauptziel, dieses 6 zu 0 aus den Köpfen rauszukriegen. Wir haben bei 0 zu 0 heute gestartet, neuer Platz, neutraler Platz gewesen und das war unser Ziel, eine Woche lang eigentlich nur darauf hingearbeitet, dieses 6 zu 0 aus den Köpfen rauszubekommen. Ja, unser Ziel ist die Meisterschaft, wir wollen hoch in die Gruppenliga, ganz klar und ich gehe mal davon aus, dass der Pokalsieg jetzt nochmal uns einen Schub gibt, zumindest für die nächsten drei Spiele bis zur Winterpause, sodass wir uns dann wieder neu sortieren können und in der Rückrunde nochmal angreifen. Okay. 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 퍼fford. Okay. 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 Okay.